ja was blockiert ihn denn gerade in deine richtung wenn du das gefühl hast dein ex dein wunschpartner die in denen du dich verguckt hast da irgendwie ist das ein bisschen das stocken da dann wollen wir natürlich auch mal in die karten reinschauen und gucken was blockiert ihn denn da gerade woran hängt so dann hapert was geht in seinem brain vor ja was geht in seinem herzen vor was kann man denn da so aktuell sehen wenn du also das gefühl hast bei mir in der liebe bin ich es eigentlich anders gewöhnt da läuft es halt einfach so in richtung partnerschaft aber hier bei diesem menschen ist da irgendwie der wurm drin das schauen wir uns jetzt an herzlich willkommen auf dem schönen kanal angel readings zu einem neuen liebes tarot einem neuen liebes orakel das schauen wir uns jetzt natürlich mal gemeinsam an die liebe die liebe jetzt scheint ja die sonne der frühling ist da die schmetterlinge kommen hervor man möchte gerne dass da was vorwärts geht man hat sich vielleicht einen menschen ausgeguckt angeschaut in die richtung soll es jetzt gehen in richtung zusammen sein es ist vielleicht auch kontakt da ja oder er hat sich irgendwie rar gemacht irgendwas muss ja da dann passiert sein und da wollen wir natürlich jetzt mal gucken ja was blockiert ihn denn da so na also wir schauen mal rein wenn du noch nicht das video zum wochenstart gesehen hast beim starzeit kanal hier da kannst du gerne reinschauen da haben wir tolle energien was ist denn da am wochenende so los mega also muss man reingucken was darfst du nutzen was darfst du wahrnehmen das ist für dich und nicht für wunschpartner aber wir wollen jetzt hier natürlich auch in der liebe schauen was sehen wir denn da so schön ist ja ja momentan noch nicht viel wir wollen mal gucken was gibt es denn da so schönes zu sehen so ich bin verwirrt wir müssen jetzt erst mal einen namen so wir machen mal hier nicht in die ecke rein und schalten mal die kamera an so über auch ein bild genau da haben wir es ja auch schon der wunschpartner der liegt da und wir wollen jetzt natürlich mal gucken was sehen wir denn jetzt erst mal hier so oben so allgemein was kann man da schon erkennen ist da vielleicht schon irgendwo der wurm drin dann wollen wir hier mal schauen was geht in seinem brain ab in seinem gehirn was ist hier energetisch zu sehen in bezug auf seine gefühle herzebene und da unten ja da schauen wir dann auf jeden fall mal rein die tendenzen eine botschaft aus der geistigen welt was auch immer wir sehen und wir wollen eine themenkarte haben für die allgemeine botschaft und dann nehmen wir natürlich wieder das schöne human dreams lennomore kartendeck her und gucken so er hat einen vogel vielleicht falls du das noch nicht weißt jetzt kann ich es dir sagen der typ hat einen vogel ja und das sind die störche ist aber auch gut die störche die stehen dafür umbruch wandlung leichtigkeit für eine positive veränderung ja er hat es also schon irgendwie im kopf dass ihr in bezug auf euch beide irgendeine positive veränderung her muss da muss etwas passieren da müssen sich vielleicht auch dinge ändern fürs nach seinem geschmack weil auch ein mann schaut ja immer mal auf sich selbst ja gefällt mir diese partnerschaft fühle ich mich da wohl sind da irgendwelche umstände wo ich sage ja irgendwie anstrengend na also da muss man natürlich immer mal differenziert hineinschauen aber mit der ersten karte kann ich dir schon sagen sie ich hier auf jeden fall so ein bisschen dass er gerne in irgendeiner art und weise eine positive veränderung haben wollen würde na also ist auch interessant wir schauen natürlich jetzt auch mal rein warum sind denn die störche hier an der stelle gefallen und da bin ich jetzt ja schon mal gespannt nach welcher positiven veränderung strebt er denn gerade so na das kann natürlich auch sein dass er sich deswegen rar gemacht hat weil da irgendwie keine leichtigkeit da ist aha der spiegel ist da gefallen also wenn ich mir das recht also recht anschaue und frage rein was blockiert ihn denn gerade der spiegel die selbstreflexion er schaut also schon auf sich auf seine situation in bezug auf dich in bezug auf eine partnerschaft was kann ich denn da so sehen was kann ich denn da so erkennen ist da für mich die leichtigkeit da oder gibt es bei euch beiden irgendwie ein thema eine diskussion ein missverständnis ein etwas ein umstand wo er sagt wenn ich mich da jetzt mal so genau anschaue weiß ich nicht so genau ob da die leichtigkeit da ist oder nicht also da ist einer gerade auf der suche nach leichtigkeit und eben auch auf der suche nach einer positiven veränderung na aber wollen wir schauen was man da noch für eine karte kriegen da ist der anker so ja das ist jetzt interessant weil der anker da geht es natürlich schon auch gerne mal um stabilität halt festigkeit also auch aber auch so eine karte wo ich sage da ist alles so ein bisschen starr so ein bisschen festgefahren ja weil in verbindung mit den störchen ist das ja das genaue gegenteil die störche leichtigkeit positive veränderung das ist so schön und in dem fall kann der anker auch irgendwie eine karte sein wo das so ein bisschen fehlt also er schaut sich gerade schon selbst an aktuell ist da eine leichtigkeit für mich da in der partnerschaft ist das ein schönes zusammenleben und oder ist das einfach bin ich dann einfach zu fest gebunden bin ich vielleicht in meiner in meinem leben in meiner freizeit in dem was ich sonst so tue eingeschränkt starr werde ich da starr also ich entnehme dem deck oder ich kriege gerade was von oben rein dass er da irgendwie am überlegen ist okay bin ich dann einfach festgefahren in der partnerschaft oder bleibt mir da auch irgendwie noch so ein bisschen die leichtigkeit da das ist glaube ich das thema wo ich dir sagen kann da taumelt da taumelt er so ein bisschen zwischen den welten der gute na wir schauen aber trotzdem jetzt mal weiter an die nächste ecke rein was geht ihm denn jetzt da konkret dazu im kopf herum nichts gutes weil da sind die mäuse gefallen wenn ich frage was blockiert ihn in deine richtung auf jeden fall schon mal seine gedanken weil wir wollen ja eine partnerschaft liebe wollen wir ja fühlen und nicht denken und viele viele männer sind ganz ganz schnell im denken drin na die denken sich dann von pontius zu pilatus die denken dann oh gott ja was ist denn wenn das hier und was ist denn wenn das da da kann ja dies passieren da kann ja das passieren und man denkt sich szenarien zusammen im kopf die es gar nicht gibt oder b vielleicht auch gar nicht geben wird also wenn ich hier schon wieder sehe was blockiert ihn gerade in seine richtung ist es der kopf dass es schwund verlust zerfall dass es kummer sorge dass es da nagt etwas an ihm und wenn ich in seine gedanken schaue sind das schon nagende gedanken zwischen gehe ich da rein und fühle ich diese partnerschaft fühle ich diese leichtigkeit oder bin ich dann irgendwie zu starr unterwegs in meinem leben das ich vielleicht bisher hatte nach freunde bekannte verwandte keine ahnung hobby sonst irgendwas also da ist einer schon wieder mal ganz ganz schön am denken na aber ja wir schauen mal was wir sonst zu kriegen warum sind die mäuse gefallen worum geht es denn da in seinem kleinen süßen köpfchen wir werden jetzt auch die tage mal haben die umfrage in der community anschauen da haben wir ja reinschauen wollen wie heißt denn unser wunschpartner für die kollektivenergie ich glaube der horst ist ganz weit vorne ich gehe mal von aus es wird ein horst wir haben einen horst so okay nagen ja das passt schon ganz gut zusammen warum sind die mäuse gefallen es geht ihm um sein glück da ist die sonne gefallen also er schaut schon ganz stark darauf bin ich in meinem großen glück wenn ich in diese partnerschaft gehe wir haben hier oben schon gesehen da taumelt einer zwischen den welten jetzt haben wir hier gesehen die mäuse die sonne da sind so ein bisschen so die nagenden gedanken da gehe ich dann mit dieser frau ins große glück ist das auch das was ich will und ich sage dir je mehr man da natürlich nachdenkt je mehr man da rum grübelt und je mehr man sich szenarien im kopf zusammenbaut und bastelt umso schlimmer wird das ganze ja auch sollte man tunlichst lassen dass man ganz viel denkt sondern dass man vielleicht mehr ins fühlen ins spüren reinkommt und sagt okay was fühle ich denn in bezug auf diese frau ist ein verlangen da ist das sehnsucht da ist da liebe da ist das kribbeln da und nicht so viel denken das ist immer wieder das problem wenn einer mal ins denken abrutscht dann kann da auch mal ganz ganz viel kaputt gehen aber wir gucken mal weiter was haben wir denn das sonst noch schönes ja ich hab's schon gesehen es geht also um dich so diese reihe ist sehr interessant wenn ich mir das anschaue die nagenden gedanken da nagt was in ihm in bezug auf das glück mit dir also ich denke mal dass er da in so einer phase ist gerade wenn ich frage was blockiert ihn denn gerade dann ist sind das einfach nur seine gedanken ja es geht um dich es geht um das glück mit dir er macht sich sehr viele gedanken darum er schaut schon auf sich selber ist da die leichtigkeit da oder ist da die starre da bin ich dann fest gebunden komme ich dann noch mit meinem leben was ich mir selbst vorstelle so zurecht also ja ich sage ja da taumelt einer zwischen den welten das ist natürlich immer so eine phase na also viele männer kennen es wenn ich jetzt in richtung partnerschaft gehe und er war vielleicht auch single vorher dann wird erst mal nachgedacht okay ich gehe ins würzhaus ich gehe auf den stammtisch ich gehe gerne in die bar ich schraube gerne an meinen autos ich liege auch einfach mal gern faul auf der couch ich habe ja so viel zu tun in meinem singen leben wie passt denn da jetzt vielleicht noch eine frau rein aber es wird alles gehen das funktioniert ich weiß selbst wenn du viel arbeitest viel zu tun hast hast du immer zeit für eine partnerschaft weil zeit hat man nicht die nimmt man sich und macht sich nicht vorher schon so viele gedanken rund um dieses ganze thema wie wird denn wohl wann was sein wenn dies und das so und so ist und was ist denn dann wenn ich das machen will und die ist da und denkt 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 das ist ganz ganz schlecht einfach mal machen so wir wollen die nächste themenkarte haben schauen wir mal was wir da so kriegen das waren zwei wir wollen nur eine bitte eine karte ach jetzt geht das theater schon wieder los dass sämtliche karten auf dem boden fallen wer länger am kanal ist weiß da war mal eine phase da da ist immer eine karte auf dem boden gefallen warum auch immer und da war dann auch immer so auf die lilien fallen so wir schauen in seine gefühle er kann sich da momentan scheinbar auch nicht so wirklich öffnen ja denn der turm rückzug trennung einsamkeit isolation und wenn wir jetzt hier mal für seine gefühle fragen die gefühle reinschauen da ist der turm gefallen kann ich dir sagen der macht gerade vor lauter denken sein herz zu ja das herz das ist da drin das sagt hallo hör doch endlich mal auf mich ich möchte doch auch liebe haben ich möchte liebe geben und klein egon im kopf sagt nie 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 hier ist erst mal feierabend hier ist mal schicht ich muss erst noch mal ganz viel nachdenken bevor du dich öffnen kannst und so kommt das zustande dass sich der wunschpartner entweder zurückzieht oder rar macht oder du weniger von ihm hörst weil sein kopf dafür verantwortlich ist dass er nicht mehr auf sein herz hört es ist hier quasi eingeschlossen denn der turm ja das ist so eine karte für ich isoliere mich mal und jetzt hier auch gefühlsmäßig na also da haben wir ja schon wieder so einen richtigen prachtkerl am start der aber wieder alles richtig macht nicht also gucken wir mal weiter was man da warum ist der turm gefallen okay weil da ist eine kleine belastung da und wir wissen ja jetzt mittlerweile welche das kreuz gerne auch mal last belastung schwere aufgabe also da ist da hat er sich schon auch so ein bisschen die schwere im herzen dabei gedacht dabei philosophiert hat er ganz viele dinge jetzt zurecht gedacht oder eben auch nicht wie kann ich mit der frau ins große glück gehen was ist denn mit mir hier oben ich schaue ganz viel auf mich selber ich schaue aber irgendwie nur im kopf rein statt in mein herzen da ist eine belastung da also ich sehe schon auch an diesen beiden karten eigentlich will er ja aber er macht sich das leben da gerade eben selber schwer wenn ich die frage stelle was blotiert ihnen denn da gerade dann schauen wir natürlich auch mal die nächste karte an was sehen wir denn da sonst noch so ich bin gespannt bitte noch eine karte ja und da ist er auch schon der innere konflikt die routen diskussionsstreit zweifel innerer konflikt also was ist ein innerer konflikt ich sage es immer gerne noch mal ein innerer konflikt ist wenn du etwas tust das aber gar nicht wirklich willst dann hast du schon einen inneren konflikt bist du nicht mehr in balance bist du nicht in deiner leichtigkeit bist du nicht in deiner mitte wenn du dinge tust die sich für dich eigentlich gar nicht richtig anfühlen so und da haben wir nämlich auch schon den ganzen salat wenn ich frage was blockiert ihn denn in deine richtung er ist gerade am gucken leichtigkeit festigkeit was mache ich da single sein partner sein denk 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 ich habe eigentlich hier das große glück mit dir liegen im kopf aber ich denke mir tausend sachen aus ja eine million sachen denke ich mir jetzt aus was denn das sein könnte oder auch nicht oder wieso warum weshalb während er das tut macht das herz hier zu und sagt hey ich habe einen inneren konflikt ich möchte doch gern diese partnerschaft aber irgendwie grätscht mir da schon wieder der egon dazwischen ich bin vollkommen isoliert das belastet mich und das gefällt mir nicht haben wir hier einen denker im deck aber ja wir wollen jetzt auch noch mal schauen was wir da unten zu sehen und kriegen das können tendenzen sein das kann eine botschaft aus der geistigen welt sein worum es sind da so geht und da liegst du schon wieder also es geht auch in der nächsten zeit jetzt bei ihm um dich und um ja gefühle und gedanken zu ordnen in bezug auf sich selbst in bezug auf euch beide du spielst da schon eine große rolle du bist nämlich jetzt hier schon zum zweiten mal aus dem deck gefallen was mir sagt was blockiert ihn in deine richtung ist nicht dass er nichts von dir wissen will das hat einfach nur auch damit zu tun dass du in seiner energie gerade eine sehr sehr große rolle spielst ja aber wir schauen mal weiter was kriegen wir da warum bist du warum bist du gefallen warum bist du denn gefallen bitte eine karte was hat das zu bedeuten es waren zu viele manchmal habe ich so das gefühl ich bin zu dämlich zu mischen also bitte eine karte okay hier sind die mäuse gefallen zum zweiten mal also das sind krasse energien in bezug auf euch beide die mäuse nagen an ihm es nagt etwas an ihm das ist kummer das sind es sind viele nervige gedanken du bist jetzt zweimal gefallen die mäuse sind zweimal gefallen das heißt auch die geistige welt sagt was blockiert ihn gerade also da ist mal richtig krass am arbeiten am denken am fühlen am anschauen am reflektieren also da ist wirklich einiges los gerade bei ihm und die blockade die er jetzt hier gegenüber hat ist einfach die lasse ich mich jetzt hier fallen oder nicht das ist die blockade und die blockade lasse ich mich fallen ist block ist hier blockiert und isoliert und das oder lieber nicht ist hier im kopf dieses denken was mache ich denn jetzt in bezug auf sie aber ich denke das ist so einer der sagt schon auch ja wenn ich in die partnerschaft gehe dann aus ganzem herzen oder bei ihm eben aus ganzem kopf weil er ist ja sehr im kopf unterwegs sehe ich gerade dass man hier ja noch das schiff der lebensreise hat also um das ist eine komplette ying yang legung die wir hier an der stelle haben wo ich dir sagen kann da nagt es an ihm er will diese lebensreise die reise der liebe mit dir antreten ihn blockiert hier einfach nur noch die tatsache er macht sich viel zu viele gedanken wie es denn dann wohl wird und sein herz ist auch zu das natürlich ganz schlecht aber an der stelle kann man ja mal wieder sagen ja gut da ist jetzt nochmal der turm da als hauptenergie es geht darum dass er in seinem rückzug schon weiß was ihn blockiert ja das wird er wahrscheinlich im kopf nicht lösen können das wird er mit seinem herzen mit seinen gefühlen mit seinen emotionen lösen können dass er da sagt ich muss mich einfach meinem herzen öffnen das hilft alles nichts das bringt mich nicht weiter von daher was blockiert ihn ja er steht sich da selbst im weg aber das weiß er auch er will auf dich zukommen gibt aber da noch ein kleines problem namens mäuse na aber tendenzen sind ja ganz gut ich meine wenn hier die lebensreise liegt der rückzug wo er nutzen kann vielleicht auch sich gedanken zu machen macht er ja auch schaut es mir vielleicht hier so ansatzweise gut aus wir können ja wenn ich es nicht vergesse morgen mal legen wird er demnächst auf dich zukommen wird auch spannend also stay tuned schaltet ein hab euch alle lieb bleibt gesundheit liebt zueinander und wir sehen uns dann beim nächsten video